Hallo und Willkommen zu Minecraft Skybones. Ich mache ein Opening und ein bisschen Warzone Action. Ich renne halt mit einer Spitzhacke rum und probiere meine Quests weiterzumachen. Wenn euch denn diese Folge gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und unterstützt mich mit einem Abo. Und nun viel Spaß. Als erstes mal Leute, wollte ich euch mal fragen, was war das hier? So, was öffne ich heute? Legendary Relic. Und dann habe ich die Frage, ob ich mit diesem Zeug in die Warzone bauen könnte. Oder bin ich da zu schnell tot und mir wird das geklaut. Guckt euch das genau an. Der Serker Axt. Also, ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob ich mich lieber nicht damit getrauen sollte, in Warzone zu gehen. Weil ich Angst haben muss, es zu verlieren. Schreibt es mal in die Kommentare. Dankeschön. So. Und dann noch, was ich da mitmachen soll. Mit der Warrior Merchant Boots. Ob das Immortal. Achso, das ist einfach nur. Keine Ahnung. Was ich damit machen soll. Schreibt es in die Kommentare. Dann wollte ich euch noch zeigen, die Mobfalle, wo Xamtox jetzt gebaut hat. Jetzt hier runter. Denkt mal. Dann hier runterfallen. Wie genau das jetzt noch läuft, weiß ich nicht. Ist auch egal. Wenn sie fertig ist, zeige ich sie euch. So. Und dann kommen wir mal zum Opening. Wünsche mir Glück. Go. Was ist das jetzt alles? Was ist das? Ich verstehe. Was muss ich da machen? Was muss ich da machen? Was muss ich da machen? das kann ich damit jetzt alles machen als es bedauern die kommentare jetzt bin ich wieder total überfordert ich weiß auf jeden fall was für mich dabei ich dann mal rechtsklick drauf okay der server startet in neun minuten dann tue ich das mal in die kiste und ihr sagt mir was ich mit dem zeug machen könnte er kann aber hier scheint nicht viel los zu sein das ist vielleicht mein glück heute er geht mir schon mal nach ich probiere mal wenn ich vom urlaub zurück bin also in der urlaub vorbei ist und ich nehme wieder auf wie ich mal ein bisschen die jobs zu klauen mich irgendwo verstecke so ganz ohne etwas und dann probiere ich einfach immer ein sky drop abzuwarten wisst ihr was ich mein was ich dann irgendwo warte wo viele kisten sind dann hole ich schnell die kiste und hole ich die kiste schnell und und macht dann gleich spawn man nicht mehr so viel rennen ja gar nicht mehr rennen muss zurück hätte fleisch mitnehmen soll nicht dumm kopf aber jetzt so wenig los ich muss die vier minuten auf jeden fall noch mal nutzen weil sie hier sind zu viele leute in einer minute startet der server neu niemand skydruck also das will ich nächste folge auf jeden fall machen ouch okay gerade dachte ich könnte an denen vorbei ich weiß es jetzt nicht special mäßiges passiert 33 sekunden habe ich noch um euch was zu zeigen denn ich habe auch noch fragen zu diesen sachen ist da irgendwas übertriebenes dabei zum beispiel block post plan ist der gut das macht bitte pause dann und guckt euch das an das irgendwie irgendwas gutes dabei ist ja keine ahnung wenn wir lauter solche sachen okay vom server gekickt damit sage ich auf wiedersehen leute lassen daumen nach oben da und abonnieren und wir sehen uns nächste woche dann in alter frische ja denn am freitag kommt kein video das darf ich nicht mehr und ich muss jetzt doch das schnell rendern und hochladen dass ihr am donnerstag dieses video bekommt bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal